Oh mein Gott! GIGA! Alter, wie ist der denn? Ok Leon, lass uns rennen, komm her, komm her, komm her, kümmer her, bau dich ein, bau dich ein! Hallo meine Poke-Freundinnen und Poke-innen, willkommen zu einer neuen Folge! Hardcore! Hardcore, ja! Verpiss dich, ich will weiterbauen! Ah nein, 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 nein! Ok, ok, ist der Queen! Heute habe ich vorher gehabt, dass wir die Diaspitzak hier mal eigentlich gehen, danke! Die haben wir das Haus endlich für endlich bauen, und ich, blau, was werde ich tun? Ich werde wieder in die Höhle zurückgehen, und dann werde ich in die Höhle zurückgehen, alleine, no Wist, no Fun! Denn erstmal die Diaspitzak hier bezaubern, ja, und dann werde ich sie dann abbauen, damit wir dann endlich mal die Länder können. Aber wenn, dann gehen wir zusammen mit der Länder, weil sonst sind die dauernd, ja, ich weiß nicht. Aber wenn wir so voll dir haben, paar Feuer... Also, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Feuer-Resistenz-Tränke. Effizient, ja, ich hab' effizient auf unserer Diaspitzak gemacht, wie sie. Alter, ist gar nicht so selten bei einer Spitzak, ne? Ja, aber bei dir, Spitzak, hallo, effizient bei dir, Spitzak! Das ist, äh, gut für, ähm, Dings, auf Videon abbauen! Das ist effizient, dann! Okay, so effizient, aber... Hä? Hey, ich hab' ich weggemacht! Was hab' ich weggemacht? Ja, schon längst. Irgendwie, ich hab' dich nicht mehr trinkt. Okay, Leon, bist du bereit? Ich geh' alleine rein! Huiiii! Hm, ich werd' eh nicht nachkommen. Ja, das weiß ich. Außer ich sterbe, dann musst du kommen. Oder ich werde dann halt so einbauen, und dann musst du in den Lern kommen. Leon hat da übrigens, äh, verfackeln mehr zur Folge da weggeschwommen. Oder war das denn zur Folge? Leute, die sind gerade vor meinen Augen, die ist bohren! Oh mein Gott, ey! Was denn? Die Fackeln! Fail! Oh shit! Die ist offen, Leon, wieso hast du die offen gemacht? Ich kann's... Nein, es ist Nacht! Ja, geil! Es ist Nacht? Hier sind noch ne Fackel? Die ist von auf gar keinen Fall, ne? Ah! Skelett! Hilfe! Okay, ich kapis mich hier! Tschüss! Ja, Mike, ich würd' nicht zurückkommen, ich würd' mich einbauen und irgendeine Scheiße machen Ich hab' mir, ich hab' mir hier zugebaut! Einfach, weil ich nicht will, das ist... Und Leute! Ich weiß! Ich hab' das Maragd übersehen! Ich hab's nicht übersehen! Ich weiß, dass das Maragd... Peter! Mike! Peter ist weg! Was? Peter! Aber der war noch mein bester Freund! Der hatten wir die letzte Folge erst gemacht, ne? Also ich weiß, was ich diese Folge machen würde! Ja, dann hatten wir den nicht erst letzte Folge gemacht! Ja, also der First Diamond muss jetzt leiden! Nein! Nein! Wieso? Ich muss was wichtiger was machen! Lea, ich weiß! Du machst ne Typbox! Digga! Nein! 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 Der ist in der Kiste! Also Leute, wenn ich hier nach unten gehen, unten bis hin... Wuiiii! Am besten ins Wasser, nicht sterben! Und das Obsidian weiter... Was der Leeren schon angefangen hat! Wie viele Obsidian hast du eigentlich? Kannst du ihm nachschauen? Gar keins wäre das habe ich als für den Verzockungstisch gemacht! Ich hoffe, ich verbrenne jetzt nicht! Ansonsten habe ich ein riesengroßes Problem! Ah! Ich weiß, wie wir das reagieren! Setz einfach Erde rein! Ich hab keinen Stein, Alter! Ich weiß, Leute! Es kann jetzt gleich anbrennen! Ich würde sagen... Ich hole einfach mal ein bisschen... Hier, Stein! Ich meine... Leon! Scheiße! Ich wollte Steinhund, aber es gibt ja immer sofort keinen Stein, ne? Verdruckst einfach so alt! Hä? Was ist denn los, Leon? Ist irgendwas? Ist das so alt? Er ist so alt, da wäre es immer noch so geil! Was erinnert uns an Peter, Mike? Äh... Sein Geschreie! Ich meine, was man aufhängen kann! Ein Apfel! Ein ganz normaler Apfel! Ein ganz normaler Apfel! Doch! Verspende nicht unseren Gold-Apfel, Jan! Ich hab einen Löwenzander dabei, den schenke ich gleich! Zuweilen Dienstag! Weil sie sagen, wer ja eh verkackt, ne? Ist schon leider verbracht, ne? Aber komm, nachträgliches Wahldienst sein! Das macht doch jeder! Ich weiß nicht, wie viele haben wir nicht brauchen! Ich glaub, wir brauchen zwölf bis sechzig! Ich nehm aber mal sechzig! Ich hab Angst, dass jetzt von hinten ein Creeper kommt! Ach! Das kannst du laut sagen! Da hat jeder Angst! Was? Amnest du? Wies! Wies! Du, 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 du! Ja, wir haben mit Ohrbrump und zumindest nicht! Wir müssen noch mehr, der Herr Bmi in Ohrbrump und ja. Die Welt wurde gespeichert! Schau mal da, Schau mal, Danke, so! Weil jetzt mach's mal! Wies! Peter und Halstst. Ne, 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 ne... Ja, wir haben das immer ein Thema, sonst müssen die Leute, äh... meine Musik zu hören ich hab ja ich hab ich mich gerade erschrocken von wo ist es gelöst von wo kommt es gelöst ich wurde gerade abgeschaut und ich hab mich richtig erschrocken ja Leute und zwar haben Maik und ich ein kleines Thema anzusprechen ja dann sag mal an hier ja und zwar hat es jetzt nichts mit Maikroft Hardcore zu tun nein hast du mich abgeschodet nein ich bin ja auch beim Haus was hat mich denn abgeschodet? das hat mich einmal abgeschodet und dann nie wieder wo ist es? wo ist es? ist es daun? daun daun is daun digi is daun is daun nein is daun is daun nein digi is daun au so jetzt hab ich vergessen mich ansprich dann sprich mal das Thema an ich hab's vergessen ja sehr oder? ne oder? ne oder? versuch dich zu erinnern oder? ich bruch mich um am Ende ne auch jetzt gerade wo ich bei Lava bin hab ich natürlich bestehende internet also nicht bestehende sondern negi ist natürlich tüfte ne? is da is da ne? is da ne? is da digi ich weiß ich hab jetzt noch mein Mikro noch gar nicht mein neues also ich hoffe es ist zu dem Zeitbuch schon angekommen sollte es eigentlich ich hab ja auch schon ich hoffe ich dann auch schon Info im Video gemacht nein oh weil ich weiß gar nicht wann das Video hochgeladen wird es sollte eigentlich mal in der Kanalbeschreibung stehen so aber ich weiß es grad nicht auswendig sorry I'm sorry fastrischen Mike fastrischen auf einem neuen Level ja was machst du denn? fastrischen in der 1.11 über 13 Zombies mindest 1 auf Leon wo bist du gerade? nein fail pfff Leon zu down nein nein ich war nicht über Zombies ach so ja jede kleine Joke hier den Willi mal trainieren ich mach jetzt 16 Abbau ich weiß nicht wie viele Wochen hab ich mir einfach mal sicher mit 10 boah ich hab jetzt in 13 ich baue noch 2 ab ne noch 3 ab und dann werde ich gehen und dann werde ich es total alleine bauen denn Leon kann nix man das ist ne Scheißbläder mausten die die schrägert mich grad ein bisschen nur ein bisschen nur ein bisschen das Peter 2.0 nur leider ist er kein Villager Zombie Mario like keiner Positive Maker mehr mär mehr Zombie Tön tro hä was hab ich für ne Bugs Leute das hat ihr grade gesehen oder da war bestimmt grade Zeitlupe Leute was war das denn gerade da war doch noch ne Zombie hat es nicht sich für den ersten Portal gefunden die Gäste jetzt haben die Gäste es ist etwas wirklich kreislich noch mehr auf die Gäste ein bisschen stück und das ist das erste Scheiße aus und sie sind richtig komisch aus ich bin das mal ein Zerschnitzler zum Eingreifen weil ich es echt jetzt gerade nötig habe ich habe so einen stein schon eigentlich weil ich mir kein eisen verschwenden aber trotzdem das muss ich hier wieder frei bauen und hoffen dass es glücklich mehr da ist das ist gelesen doch ich hör's ab und rennen genau herz herz leute alle herz ich bin zu damit es nicht mehr hoch kommen kann okay ich komme hoch ja das nach ja es ist es macht oder doch nicht zu nein es ist nacht okay er hat mich nicht abholen mal so was passiert und sagt Vapu Speck so wie ich jetzt das schuldig was ist er schätzt in der Nordicke Nordicke in der Welt und Gott wir haben sich auch Spinner unsichtbare Spinner bei was sie sich auch wenn ich jetzt auch gut und ihr habt das Land vom Herbst der Welt an herzen er hat ich kann nicht kommen die Gäste auch in unserem Haus ja wenn ihr mal gehört Leon nicht sterben mal bis jetzt ich bin bei uns zu Hause ich hab mal bis jetzt ja hast du das Leon ja hier in den Film Riffen guck mal wie ich Peter begraben habe nein ich will erlafen Leon ey das hast du nice gemacht komm mal her hier liegt Peter Riffen Peter warte warte ich hab noch ne chill warte warte äh das hat gerade einfach ja das hat einfach weggemacht das hat einfach LOL was hab ich über die Geburt gemacht die Hose nicht ey du TRIHARD COMPOS ja nein ich dachte ich nicht schlagen sonst stürmst du und wenn du stürst krieg ich die Strafe egal du hast einfach sorry Leute äh das sollte eigentlich nur ein Scherz sein das ist im jeden Fall Leon Enderman der sind vielleicht zu sterben wieso nein Leon ich wollte es ich wollte es ich wollte es brutal es ist auf einmal Tag geworden keine Ahnung hab ich nicht wie das ist einfach Punkt Leon kommst du ich wollte es total ich hier hin ja hier hin ja mach aber erstmal das Dirt hier weg 4 hoch noch ein noch ein so und gut so jetzt hast du genug ja klar ich hab immer wieder ich hab zwei zu viel weil ich weiß nicht und und alle seid ihr bereit 3 warte nein Leon nicht reingehen Leon nicht reingehen Leon nicht reingehen du sollst mich doch nicht rein du sollst rausgehen Leon ok Mike Leon ich würd sagen wir werden gleich mal ok Leute soll wir rein geh du rein geh du vor geh du vor wie sieht's aus we need to go deeper scheiße ich spawn nicht ich spawn nicht oh my god ich hab's nie gesagt du wirst wenigstens ich bin safe ich bin safe ich bin safe ok das ist total wieso ist alles safe ist alles safe ja ganz ok Leute ich würd sagen wir gehen trotzdem rein hier ein kleiner piek wie das aussehen wird ok da wangst rein oh Leute oh 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 my god oh my god oh my god Alter wie sieht die Blücke aus täglich das ist ein normaler Netherrack ja aber der sieht durch das neue Tech-Up-Bag oh my god geht's nicht rum durch das Back-Up-Bag denkst du das so komisch euch ich bin ganz kurz weg ok ja was hast du da gerade um mich herum platziert nix 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 jahre auf yapıyor so clusters nix nix Warte, ich komme, ich komme! Das geht dir nicht! Ja, wir fahren im Geld aus einem Wasserbecken! Ich komme am Leben! Hä? Meine Rüste wurde nicht mal angezeigt! Ah ja, das ist okay! Ich hab zwei Herzen! Ja, hier! Warte, hier, ich geb Wasser! Hier ist Wasser! Hier! Ich hab noch! Wie viele Herzen hast du? Hä, ich bin jetzt fast wieder voll! Bist du das, Leon? Alter, meine Rüstung! Gigi, hast du meine Meinung gesehen, oder? Okay, was heißt gesehen? Okay, lass ich mir sagen! Äh, wir gehen mal in den Nether und dann werden wir wieder ein bisschen anfangen! Okay, Leon? No Shannon, diesmal! Nein! Nein! Oh mein Gott, mein Komm her! Digga! 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 Also, was hab ich echt scheiße Angst, Digga! Ich schaue, mein Wasser ist, glaube ich, jetzt weg, oder? Ja, geil, ich hab kein Wasser mehr! Leon, weißt du, was die geilste Falle wär? Wenn man einfach so sagen könnte, ja, kannst wieder ran durchkommen, das ist alles safe! Und dann ist sowas auf beiden Seiten und dann kommt man nicht mehr durch! Man kann ja auch nichts abbauen, glaube ich, wenn man im Nether Portal steht! Nee, kann man nicht! Okay, komm Leon! Du gehst vor, ich baue mir eben zu! Nein, echt! Hast du es dabei? Warte, ich muss erst mal in den Metal sortieren! Leute! Wir haben endlich mal in den Metal Portal! Wir suchen dann einen Dungeon und dann werden wir richtig walken! Mrs. Pilz tut mir wirklich leid, wir müssen da bleiben! Ist ne Scheiße! Ähm, so sind wir noch so hier Gold, kann ich mal in den Ofen tun hier? Ich nehm mal... Nimm Blöcke, mit Blöcke sind wichtig! Nein, wir bauen die einfach dort ab! Ich nehm Bruchstein mit! Eier und so Trost und so voll, ich kann nicht mal reintun! Egal, Leute! Ich würd sagen, wir gehen trotzdem schon mal rein! Ich hab's für nicht sehr viel Essen dabei! Aber YOLO, YOLO, YOLO! Leon, ich geh schon mal rein! Ich hab gar kein Essen, Mike! Geil, ne? Ich glaub, wir müssen wieder angeln gehen! Jetzt angeln! Leon, schön wagens! Wie ist das denn? Alter! Alter! Ich hab keine Hose an, schön das... Das wäre das auch mal auf! Jetzt wird meine Rüste wieder angezeigt! Okay, Law! Äh... Leon, wo bist du? Äh, Mike, ich muss kurz was einstellen! Ich bin kurz... Ja, okay, Leon! Nein! Nein, Leon! Nein, Mike! Ich muss... Ich seh einfach gar nichts! Ich muss irgendwas in meiner App-Dato von Minecraft umstellen! Alles klar! Ja, aber die Folge ist eh gleich zu Ende oder sogar schon! Weißt du, Leon? Die Folge ist schon wirklich lang! Tut mir leid dafür, aber ich bin echt excited auf den Nether! Nächste Folge, die kommt jetzt direkt danach, Leon! Äh, da werden wir... Äh, hab ich immer noch nicht das neue Mikro, aber dafür entschuldige ich mich! Aber ich bin dann so excited, ich muss ja noch gleich an den Nether aufnehmen! Also will ich sagen, ich brauche mich eben ein! Leer ganz gerne mitkommen ist mir scheißegal! Haut rein heute, wenn es euch gefallen hat, dann geht ne... Warte, 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 nein, Leon! Nein, Leon, nein, Leon, auf! Dann... Komm nicht runter! Ich glaube, hier unten ist ein Loch! Ich hab mich noch bei gewählt! Alles klar! Dann gibt es eine positive Bewertung! Haut rein! Und... Tschüss Leon! Sag Tschüss! 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 Auer!